Hallo, Swing Patron und Guardiator! Heute am 13. Montag. Letztes Mal A-Count für diesen Rhythmus. Im Level 1 haben wir Racing gemacht. Wir haben den Send-Out gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pass-Buy. Pass-Buy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und den Bring-Home. Ich zeige nochmal den Send-Out. Bring-Home. Bring-Home. Und hier könnt ihr die Hand festhalten und quasi eure Hand da rein drehen. Wir haben im Level 1, 2, 5 ein paar Musicality-Sachen gemacht, die ihr einspielen könnt. Wenn ihr zur Musik tanzen wollt, das ist nicht wirklich Musicality, aber einfach nur Stop-Off. Wenn ihr den P-Folgen macht. 5, 6, 7 und 8. Nochmal. 5, 6, 7 und 8. Step. 5, 6, 7 und 8. Step. 5, 6, 7 und 8. Step. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und wir haben Zeit. Da sehen wir auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7 und 8. Gut, schön. Genau. Was? Also, okay. Dann start. Fast schnell. Genau. Wir haben einmal gesehen, wie wir schnell tanzen können, indem wir einfach den Trip-Step mal weggelassen haben. 5, 6, 7. Und so kann man auch so schnell enthalten wie sehr mitführend tanzen, ohne sich groß anstrengen zu nutzen. Das war's. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.